Herzlich willkommen bei Hammer Vermietung Schuster, Ihrer Fahrzeugvermietung für die besonderen Anlässe in Kassel und Umgebung. Ob Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag, Abiball oder einfach so zum Spaß haben, wir vermieten Ihnen einen Original Hammer H3 zum selber fahren. Wählen Sie selbst, ob Sie den Hammer H3 lediglich ein paar Stunden oder doch für das ganze Wochenende mieten wollen. Wir richten uns nach Ihnen. Wir setzen Sie gekonnt in Szene und richten das Fahrzeug gerne auch nach Ihren Wünschen und Ihrem Anlass entsprechend her. Unser Angebot gefällt Ihnen? Dann verschenken Sie dieses einmalige Fahrerlebnis doch auch an Ihre Freunde, Bekannten oder Mitarbeiter. Für mehr Informationen zur Vermietung unseres Hammer H3 für besondere Anlässe rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie.